Will er mir damit jetzt echt sagen, hau einfach überall irgendwo hin, vielleicht findest du das Richtige. So, die Frage ist, wie kriege ich das Ding da hin? Außer, ich soll nicht das Ding da rein bekommen, sondern das da runter werfen. Ähm. Okay. Ich glaub, der Ofen hat ein bisschen, äh, Husten. Aber gut, damit haben wir das Level auch schon mal direkt freigeschaltet. Irgendwo ist ein Secret. Good luck, have fun beim Suchen. Oder so. So. Was ist mit dir los? Irgendwelche Idioten haben eine Kiste, haben eine Kiste in meine Rohre gesteckt. Wart ihr beide das? Äh, nein, wollen wir nicht. Aber ihr wart da oben, oder? Ja. Und zwar eine ganze Weile. Ja. Und ihr wart es nicht? Nö. Da oben war ein Planker. War der das vielleicht? Na ja, ich höre ihn da oft da oben. Wie er da rumknarzt und Pläne schmiedet. Aber ich bin nie auf die Schliche gekommen. Ach so, wir haben einmal die Smog-Version. Und die normale Version. Okay. So, Level Nummer 1. In zwei Versionen schon mal vorbereitet. Aber ich glaube, wir waren vorhin erst noch bei 17, ne? Das heißt, uns fehlt noch 18 irgendwo. Ähm. Findet etwas, um mich zu stoppen. Also, wahrscheinlich kann ich hier dann so einsteigen, oder? Ein Lohren-Level. Hier ist 20. Oh, so ein Lohren-Level hätte ich mal voll nichts gegen. Und da kann ich auch wieder was runterschmeißen. Da kann ich noch weiter, das darf runterschmeißen. Da kann ich da oben was hinschmeißen. Kann ich? Nein. Das könnte vielleicht vom Timing her ausreichen. Außer ich kann nicht so hoch spucken. Nein. Ich kann nicht so hoch spucken. Okay. Dann noch weiter hoch. Und noch weiter hoch. Und noch weiter hoch. Und runter damit. So ist jetzt gelandet. Tja. Wahrscheinlich komme ich so nicht dahin. Aber, ich kann auch sicher einen Stein von hier aus da hoch spucken. Okay, Moment. Das müssen wir anders machen. Jetzt komme ich da hoch. So, 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 so und so nicht. Echt nicht? Geht doch. So. So. Und runter. So. So. Flop. Und runter. So. So. irgendwas stört hier noch dann probieren wir das aus immer noch nicht ganz jetzt jetzt hat es funktioniert man muss nur ein paar mehr schalter drücken das war doch kurz in der luft gehangen einfach so und hier ist auch nichts weiter einfach unter so dann aber wahrscheinlich jetzt auch die andere version von dem level endlich der halbarm ist vorbei angedockt okay dann auch kapitel 20 schon mal vorbereitet weit habe eine idee so muss noch mal eine runde fahren so und so negativ film das stelle ich mir auch evil vor so vom aus das muss ich von oben kommen hier stellen wir das thema bei dir ab er von da ganz oben da könnte auch schon lange drankommen sehe ich gerade so was hast du für den weiß hast du den bombardierbaren felsen weiter links gesehen südöstlich ist von diesem felsen ist eine kleine nische dort findest du alle bomben bären die du brauchst südöstlich davon in der nische die jungen hoch ein oder so kann man da vorne rein passt das ganz knapp nicht so hier hier südöstlich davon gerade ob ich irgendwo rein kann oder so sagen so was könnte man hier rein ist aber den hinweis noch mal genauer durch da muss man glaube ich jedes wort das da drin steht doppelt und dreifach betrachten so wie rum war das jetzt also südöstlich von dem felsen seine kleine nische die frage ist halt nur wie weit südöstlich südöstlich wäre jetzt in der richtung und das sind nur welche rohre da oben kann ich nicht hin ist mir auch so besser textdorf die man einfach nur so da hat hm ok da finde ich spontan nichts außer man wirklich sehr weit südöstlich aber ich glaube mittlerweile wäre das sogar schon zu weit und da würde die bombe wahrscheinlich eh nicht bis dahin ausreichen so ich bin noch nebenbei alles weg so was mit dir hey ihr zwei schläger mir reicht das wie ihr immer meine freunde rumschubst damit ist jetzt schluss und mich lasse ich euch schon gar nicht rumschubsen auf geht's lilly wir suchen noch eine kiste ich will keinen ärger auspacken ok dann schubst sich halt jemand anderes rum wenn ich dich nicht rumschubsen darf ja warte hochschieben und landet er denn jetzt ich wollte da nicht rein so oh noch einer was hast du denn zu sagen oh ist noch ein bisschen zu schnell im osten steht eine felswand sie sieht so stabil aus wie jede andere ist aber sehr zerbrechlich schaut zwischen den grünen kräutern und bomben los ok danke für 28 monate treue super geil von dir wie kriege ich die kiste jetzt hier weg ach so im moment kann ich einfach wegziehen dann wird das nämlich eine etage über mir aber ah ich sehe was mir das bringt ich kann nämlich jetzt einfach hier über gewählt werden ich weiß ok nächste herausforderung vielleicht unsere letzte sogar schon oh shit die sind schneller als erwartet verdammt no sollst den hier treffen nicht mich so geht doch das ist gar nicht mal so leicht aber trotzdem eine coole herausforderung gewesen ok dann pages vor als ob du jetzt noch aus der küche kommst und willst du tanzen what the fuck ist das für ein pagey svenja ist so dedicated die kommt extra aus der küche während sie noch irgendwelchen stuff gemacht hat nur um mit zu dancen aber einfach die hand springen ja kann ich wirklich so was haben wir hier noch schönes noch schneller rennen ok da bräuchte ich auch noch mal bombe ah da ist eine kiste drin das speedrun tonicum schade schade ist ja cool wenn da hinten jetzt noch ein secret drin gewesen wäre so ich glaube ich brauche ich nicht die bombe und das jetzt hier unten denke ich mal theoretisch wäre ich nicht weggeweht worden so und das was dahin ähm frank wer hat dich so zugerichtet alter freund keine args ich erfülle deinen letzten wunsch ruh sanft alter freund no frank ist tot wir haben ihn vernichtet das war schon hart random aber ich appreciate das ach guck mal hier ist 18 pumpwerk ja ich verstehe vielleicht moment oder kann ich auch so hoch nein nein ich vergiss ja mal das beim unterschieden unterschieden muss nicht runterziehen so bringt das mir was das dann zu schließen überhaupt schon irgendwie nicht oder im moment ich habe eine idee so 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 und so ich bin ein idiot so und so ich bin verstehend so dich dahin dich dahin und dich dahin und dich dahin und dann kann ich da den strom verbinden so und damit haben wir doch da die zweite variante des levels so und dann haben wir pumpwerk und pumpwerk angetrieben so dann haben wir jetzt auch kapitel 18 19 und 20 gefunden das ist nur das eine rätsel von dem einen schild wert da da war ich ja drin wo sie sind das ist nur das eine rätsel von dem einen schild der 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 und der 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 das das war der die normale version Hier würde ich wahrscheinlich weiterkommen, wenn wir dann das Level antreiben Hast du irgendwas gebracht, den kaputt zu machen? Wahrscheinlich nicht So, erstmal weg mit dir Für ein paar Federn Okay Ah, ich soll auch ins Wasser Gut, wahrscheinlich soll ich nachher, wenn der Strom an ist, sicher nicht mehr ins Wasser Nach links soll ich Oh Miam Das finde ich gut Das finde ich weniger gut Aber diese dezenten Hinweise nach dem Motto, so guck mal da links Da könntest du ja mal rein gucken, ne Wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm Oh nice Perfekt Alter Gerade so noch abgebremst Perfekt verfolgt Weg So Nein, don't hit me Wie Wie rum er da jetzt nicht getroffen hat Ich will mich mal nicht beschweren Oh no Geh weg Geh weg Hab ich jetzt die Münze bekommen? Ja Ich hoffe ich habe das Sprengding nicht irgendwas gebraucht Nein Nein Okay Natürlich schießt du Der hätte mich schon wieder voll erwischt Bye Bye Ein paar zu viele Fabriklevels Kann sein Gar nicht jetzt so drauf geachtet wie viel Fabriklevel das jetzt schon waren Ich glaube wir hätten wirklich schon einige Und zu viele von diesen Todesschnecken Was ist das? Oh nice Oh nice Oh shit Moment Erstmal saveen gehen So Na gut Ist eh alles weg Passt Oh no Ich wurde betrogen Das Vieh hat mich hier einfach gebetet Dann haben wir doch so Komm komm Folge mir Und dann kam natürlich der ganze Giftsumpf nach oben erstmal Jetzt hat er auch locker ausgereicht um den zu holen Den einen echt einfach nur gebetet Oh Gott Oh Okay Da bin ich Okay Kann nichts dran machen Warum kann ich einfach was kaputt machen Also ich kann da irgendwie rein in die In die eine Stelle aber ich kann da nichts machen Vielleicht ist es so eine Art Rückweg Oh Wecker Oh Da war eine geile Glocke einfach hinter Ist da noch mehr so geheimer Stuff dahinter Ist da noch mehr so geheimer Stuff dahinter? Ist da noch mehr? Das ist kein Secret Na gut dann halt nicht Jetzt muss ich ja leider alles angucken Ob da irgendwie platzine Secrets sind Oh Auf dich kann ich verzichten Das ist ja noch Auf dich So Annääh Und nicht mehr ihr wisst ja